Ja, ich glaube, da sollten wir zu viert sein. Ich glaube, wenn wir noch besser wären, okay, dann klappt das sogar zu dritt, aber nicht. Ja, bei Realismus ist ja auch unrealistisch. Ja eben. Das ist doch nicht normal, dass du nicht wieder in einem Raum respawnst, wenn du tot bist. Das macht doch keinen Sinn. Und dass die anderen nicht leuchten. Und dass die anderen nicht leuchten. Und dass du Zombies auf den Kopf treffen musst. Ist ja eine Abangsss... Ist ja eine Abangsss... Ne, ne, ne. Ne, dann lieber doch nicht. So, jetzt, ähm... Jetzt sehe ich, wenn ich jetzt eure Umrisse wieder. Das ist schon mal ein wesentlicher Vorteil. Ja, klar, ich probiere. Das fühlt sich jetzt irgendwie besser an. Ja, jetzt ist ja auch wieder wie in Real Life. Ja, eben. Ja, genau. Oh, ich muss nachladen. Fuck. Oh nein. Jetzt kommt er zu mir. Ich muss weg. Sehr gut. Sehr gut, Bill. Ja, hier ist ein Molly. So ein Char-Char irgendwo. Ja. Ich höre noch. Da ist er. Lüps. Hey, hier gibt's Waffen, Leute. Oh, geil. Tana. Tana. Ja, bei dem Realismus, da muss man echt... Also, ich glaube, da sollte man eine vollständige Gruppe sein. Ich bringe, glaube ich, echt nix. Und einigermaßen fit. Oh, oh. Ja, gut. Genau, rechtzeitig. Ja, genau. Das kommt noch dazu. Da ist jetzt eine Witch ums Eck. Aber da gehen wir einfach weiträumig drumrum. Mit mir geht's nicht so gut. Der Bahnhof ist gleich da vorn. Witch! Der Bahnhof ist gleich da vorn. Der Bahnhof ist gleich da vorn. Nicht das den Zug wieder verpassen, der nix. Ne. Da hat er wieder abgestaubt. Ah, Mist. Ja, ich hab auch schon nur beide draufgezogen. Hehehe. Ah, der nix liegt. Mann, oh Mann, ey. Ja, alles gut. Oh, oh, oh. Das ist eine Branner. Ach, das war ja klar. Noch geguckt, ob hinter mir noch jemand kommt. Nein. Zeig, komm. So, jetzt bin ich optimistischer. Ja, gut. Ich hab auch genug Medipacks. Ja. Darauf scheint's nur eins übrig. Umso besser. Ne, auf ich, ey. Ich weiß auch überhaupt nicht warum. Hä? Ich weiß auch überhaupt nicht warum wir uns hier gerade so anstellen, ehrlich gesagt. Ich bin... Ich bin gleich wieder da. All hier, jedes Mal runter, ich weiß auch nix. Ich bin zu blöd. Für Rostock, oder was? Krass. Irgendwo ist ein Smoker. Was ist mit Bayern los, ey? Immer noch nicht. Hier gibt's Mollys. Ladenab. Ja, was man den machen ist wahrscheinlich hat 93. 90. Minute noch. Wo sind wir verschissene Smoker? Ja, ich auch. Ladenab. Ach, da oben ist er. Auch nö, ich tritt schon wieder raus. Von hinten kommen sie. Achtung. Ich muss wieder nachwarten. Naja, gut. Hat ja noch geklappt. Na, warte mal ab. Ich mach gleich noch eins. Okay. Ach, du Scheiße. Also heute ist nicht mein Tag. Hä? Boah, ja, heute ist irgendwie. Aber wir haben noch Medipacks. Hier gibt's Waffen. Wo ist die Sau? Nö! Boow, boomer hat mich angekotzt. Lade nah. Lade nah. Lade nah. Lade nah. ja wie da wo ist er das frage ich mich jetzt langsam auf er hat mich schon zum zweiten mal gereiert ja 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 so das ist ein guter aber hinten ist wieder einer Ja, den Tank, oder? Aha, schon Molly? Ah ja. Leiden ist der Hunter, oder? Oh, ne, da ist er, der Hunter. Äh. Das Mann, ey. Ich hab mich jetzt Bocker, scheiße. Bocker hat mich. Oh, kacke. Wo bist denn du? Ah ja, der Biddle hat mich auch. Ach man, ne, nicht, oder? Ich kann kotzen. Bayern sind gerade im Pokal gegen Saarbrücken ausgeschieden, haben in der 95. Minute das 21 kassiert. Ohne 30er. Was, der 30er? Ja, da unten auf dem Tisch. Ich bin wirklich verletzt. Munition. Von wegen hier. 5-0. Ganz entspannt. Die ganze Zeit grunzt da was rum. Vielleicht kommt er dann da oben. Oh nein, da kommt er schon. Hier gibt es 4 Rohrbomben, aber... Lennox halte ich am besten mal. Haben wir einen Bolli? Ja, Lennox hat einen. Ah, der ist ja unten. Wir können wieder hochgehen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Der kommt zu mir. Wir gehen hoch, Lennox checken an. Kannst du werfen? Ja, brennt. Okay, dann haut nur noch ab und wir gehen hoch. Scheiß, ich muss mir sofort Pillen holen. Hier gibt es einige, ja. Und eine habe ich noch. Aber für die Pipes. Die Lunde brennt. Bist der unten noch? Ja, ja. Ja, kann schon irgendwie ausweichen. Ja, bis jetzt schon. Wo rennst du? Ach, renst du? Ah, du. Ah, der ist tot, der ist tot. Ja, ich bin an dem Tisch, wo wir die Muni... Ist der Bot da auch noch, oder? Ja. Ah, okay, ich heb ihn mal auf. Ich bring den mit. Komm schon, alles wird gut, ich hab dich. Steh auf, wir müssen weiter. Smoker kommt oder so. Ich glaub, mich hat's ziemlich übel erwischt. Ja, ich mach gut, ich hab jetzt noch Pillen, die würde ich dann noch nehmen, bevor der Alarm losgeht. Und ihr seid eh grün. Ja, und wir haben noch sechs Pipes jetzt insgesamt. Und sechs Pipes, ja. Dann kann der Lennox noch einen nehmen. Der Bill ist leider nett. Äh, weil er blöd ist, wird damit ist. Hier gibt's ne Rohrbombe. Haben wir nur die Kanister? Ja, da ist noch einer und den mit anderen hole ich auch noch. Oh, das tut echt weh. Seid ihr bereit? Oh, da kommt ein Stück in die Achtung. Warte, warte, warte. Äh, warte mal, wo ging's denn jetzt hoch? In den Charter. In den Charter, hinter dir. Sehr gut. Ja. 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 Ja, okay, du kannst. Herbert. Ach, jetzt liegt der Ding, der Botte. Ja, aber egal, scheiß drauf. Ja, da kommt er dann wieder. Okay, ich werd mal, ich werd mal betätigen jetzt. Alarm, komm los. Ja, nix über dir. Ich kann halt schießen, weil du... Ich kann halt schießen, weil du... Ja, nix. Alle Mann, Achtung! Lade nach! Wann komm ich denn da nicht hoch auf die scheiß Medizinschränke, ne? Ich geh mal da ins andere Eck da vorne. Ich geh mal da vorne hier ins Eck. Ich geh mal da vorne hier ins Eck. Ich geh mal da vorne hier ins Eck. Achtung, der scheiß Jockey kommt wieder. Jetzt geht's wirklich krass am Bergab! Und Hunter. Und Jockey kommt rein. Aber der Hunter ist auch noch irgendwo da draußen, glaub ich. Ja, aber Alarm ist weg, ne? Können wir noch die Pipes mitnehmen? Der Bill müsste eigentlich auch irgendwo... Noch ein Tank mehr, oder? Ne, ne, da ist ein Boomer. Irgendwo. So, die Pipes müssen wir mal versuchen aufzuheben, für da unten. Die Straße. Weil dann ist es, glaub ich, nimmer weit. Ach, das ist jetzt, äh, noch Nachspielzeit, gell? Äh, Verlängerung. Das ist ein Smoker irgendwo. Tja, da bin ich. Sehr gut. Oh Mann, ich fühl mich echt beschissen. Gut, also drei Pipes. Ah, danke. Danke. Ah, scheiße, Smoker hat mich. Danke. Gut. Ach, dunkel, der Finger. Oh, mein Boomer. Ja. Der war auch wichtig. Wollen wir raus? Ich werfe was. Ich werfe. Auf, nur auf die Autos achten. Hier ist aber ein Witch irgendwo. Ah, da ist er bei mir. Ich glaub ich hab sie aufgeschreckt. Nein, 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 nein. Ach, ne. Zu klar. Ich war direkt Feuer gestanden, hab's angeleuchtet. Ich bin im Safe Room. Sehr gut. Oh. Oh. Jetzt. Mein Gott, ey. Ah, der ist halt das mit dumm. Ja. Uh. Na, jetzt haben wir's dann doch geschafft. Oh Mann, ja. Ah. So. Eigentlich muss man sich ne, ne. Ja, oder? Eigentlich muss man sich was zum Werfen für da oben auf, auf, auf heben. Das mal die scheiß Zombies da weg hatten, dann kann man in den Safe Room brennen. Dann brauche ich jetzt mal was zu trinken jetzt im Moment. Ich bin gleich wieder da. Hier geht's ab. Zeit für ein kleines Feuerwerk. Ja. So, hier sind wieder Mollies. Und die Pillen sind da auch noch. Der Pill, ey. So, da hab ich mal die Tür öffnen, dann macht er nix. Ja, ist auf den Sack. Ähm. Ah, da war ein Medi-Pack. Ne, da war ein Bumagall. Quatsch, ne. Ist er tot? Äh, der Zombie ist tot. Der hatte ne Pipe. Ja, aber der hat mich nen Jockey hier. Also hier ist nen Jockey noch, ne? Oder habt ihr den schon? Ja, der müsste tot sein eigentlich. Ah, hier guck mal da. Oh. Oh. Na, wobei, ihr habt da auch Wop-Bomben. War noch hübsch. Ne, egal. Ich werfe mal eine Wop-Bombe raus, dann. Ja, wo ist das? Wo ist da Molli hin? Hä? Der Lennox ist abwesend. Ja, ja, der ist schon wundert. Der hat mich... Der hat mich... Der hat mich nämlich gerade geheilt. Da hab ich mich schon gewundert. Hahaha. So großzügig. Ah, nein. Das ist unter der Tisch gerollt. Du Molli. Hab ich einen Molli mehr? Ne, egal. Ich werde schon wieder einen finden. Ich bin bei dir. Das wäre das so ne Scheiß-Witch in. Ja, aber schon hab du. Oh. Wahrscheinlich direkt da, wo wir verteidigen können. Oh ja. Machen wir hoch. Wie ist so der Bill immer da unten rumlungert, wenn wir da hoch wollen? Das Papierschnitt. Achtung. 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 Boah. Wo bin ich grad denn da überhaupt? Ich hab auf die Tankstelle geschossen. Achso. Dann geh ich wieder ans Loch. Wie gehabt. Ja. So. Ja. Sprech mich wieder da. Sehr gut. Oh je. Achso. Der ist noch der Jockey. Oder? Hast du? Ja. Der Jockey ist tot. Oder der Smoker ist tot. Ich bin wieder da. Sehr gut. Oh. Kill den mal. Ja. Danke. Alles gut. Alles gut. Ja. Jetzt mit dem Bier geht es mir schon wieder viel besser. Oh. Der ist gerade. Ich kann kein Bier mehr sehen. 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 Ja. Ich kann kein Bier mehr sehen. Ich kann kein Bier mehr sehen. Ja. Wir haben gestern auch ganz übel. Aber. Deswegen bin ich auch so platte. Von der Halloween scheiße. Ja. Aber es lag eben bei mir. Ich hab schon ein Wein getrunken. Okay. Was habt ihr gemacht? Ja. Wir waren in Firnheim. Im Steakhaus. Ah. Also erst im Diaz. Da ging es auf ein Reneggerzentrum. Oder ging es auf ein Pinopolis. Aha. Und danach waren wir noch ein Steakhaus. Und naja. Im Steakhaus gab es nur Eichbaum. Ich hasse Eichbaum. Und dann habe ich mich halt auf Freunden konzentriert. Und ich habe insgesamt vier Gläser getrunken. Ein 2.05er. Gut. Es war ein Scholle. Aber trotzdem. Und wir ging es dann an. Also heute Morgen. Wir ging es so dreckig. Zweimal gereiert. Boah. Kacke. Der Dominik war auch dabei. Doch scheiße. Aber das war das. Das war so geil. Also das Essen jetzt nicht wie es mir heute ging. Ja. Aber so übel. Also ich habe gedacht. Mein Kopf explodiert. Richtig heftig. Hm. Ich vertrage einfach kein Bein. Oder vielleicht war es auch so ein Billigfusel. Ich habe keine Ahnung. Da ist ein Witch. Ja ja. Da müsst ihr aufpassen. Ähm. Ne. Ich behalte die Scheiße. Hier ist die Ding. Hier ist die Technical. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon hier. Ich bin schon da. Und jetzt sind wir wirklich drin. Ich bin schon da. da hinten ist manchmal auch noch was zu werfen ne der ist leer hier was denn der raum so ich habe gedacht du meinst den raum hier ja ich weiß nicht wo du bist vielleicht mal nicht auf dem raum nein wir haben einen smoker bist du wieder frei oder ja da er bekommen die spritze naja geil müssen alle rohne ich habe ich habe ja habe ich jetzt ja eigentlich optimal wollen wir wollen wir wieder hochgehen ja ja hat meine angst steckt nein 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 ich habe ich habe molly ok wo können wir müsste eigentlich brennen aber hier rein den den raum aber da ist die witch hinten ja er ist bei mir und erst bei mir unten ja ich halte mir da hier unten auf ich bin scheiß träger achtung achtung ich gehe mal wieder hoch lasst vielleicht lieber nach oben hoch geht ja der macht dann immer lang ja aber da unten ist gefährlich wir sind so ein paar träger kaputt okay lasst ihn erwischen und da müssen wir immer prägt in der größe verpägt er kommt er ist fertig ja er ist fertig Boomer? Der ist guter unten Okay Geh mal runter Ja, aber der ist ja guter Boomer Da, 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 da Nein, nix hinter dir Ach, war der hier oben? Ja, ja, der war da Ja, ja Oh, jetzt gehts ja unten los Hinter, hinter euch, hinter euch Hinter euch, hinter euch, nix, nix hinter dir Achtung, da kommt noch einer Na, hier oben kommen sie Geh, ich geh auch mal runter Ja Dann Kann man, ne Ja Da lang, ne? Ja, ich glaube Achtung, splitter Ah, kacke Scheiße, Junge, das war echt kacke Äh Die, schlitter tot Junge, die hat mit 60 abgezogen Da ist ein Smoker, Achtung, bleibt zusammen Die scheiß, bitterkotze Sechzi Äh, Achtung, da wir hatten Ja, sehr gut Ist jemand grau? Äh, wo war's denn jetzt? Wo müssen wir denn jetzt nochmal hin? Ja, ich bin grau Danke Na, danke Na, danke Na gut, wir haben jetzt drei Pipes, also Ich Eine sollte man auf jeden Fall aufheben für, wenn man da aus dem Gully rauskommt Weil das erleichtert echt zu einiges Warum ist man? Äh, rechts Oh, Mann, Mist! Haben wir hinter dir, haben wir in Ordnung Nee Also heute ist nicht mein Tag, hä Wo ist der Jockey? Alles platt, was, was da war Ja Ach, Mann! Wo Wo, wo, wo Okay, wir müssen uns echt beeilen Äh, will jemand Will jemand die Spritze? Ach, da ist die scheiß Leiter, Gott sei Dank Also dann hoch Ich schmeiß erstmal ne Pipe hoch Ja, schmeiß mal hoch Aber die kommen auch Dann geh ich jetzt auch mal hoch Und werf dann meine Okay, dann werf ich meine So, jetzt Und jetzt ab in den Safe-Room Äh, schlick Aber geht in den Safe-Room, geht in den Safe-Room Jetzt werf ich meine Ja, wirf Da sind niemand mehr Achso Jetzt kommts aber Jaja Ah Ich mach mal zu, bevor da irgendwas kommt Ja, 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 ja Ja, kommt nämlich jetzt ein Charger, ne Ja, das ist die Magnum jetzt Gold wert, ne Ja Das war's glaub ich, oder? Ja, das war's glaub ich, oder? Ja, da ist noch Ja, das war's glaub ich, oder? Ich bleib lieber drinnen auf dem Dach Da drüben rennt irgendwas rum Ja, okay Ja, okay Ich glaub ich sogar ein Smoker Ja Der Streitischen noch Oh, der ist so weit weg Äh, da kommt runter der Smoker Jetzt habe ich unten Ja, hier ist er bei mir Oh nie, vielleicht Was ist bei dir? Ich komm wieder hoch Das Smoker Aber da draußen ist er auf dem Dach oben Ah, okay, nee, nee, das ist tödlich, so ein Smoker Nee Ja, aber der ist wieder abgehauen Ja, egal Ja, ja, lass, lass doch Ich will ihn ja gerne auch kennen, aber ich steig mit der Pistole irgendwie Nee, das kannst du vergessen, aus der Distanz Nee, auch nur so, für die Statistik Achso, ja klar, das war klar Ja, das Krankenhaus und dann das Dach Also, das könnte man sogar Bis zum 12 dann schaffen Wenn wir uns einigermaßen anstellen Jetzt haben wir mal keine Pipe mehr, gell Haben wir alle geworfen Okay, ja, dann Lass mich nochmal Nehm ich noch ein Babypack mit Hä? Hä? Ich hatte doch Ich hatte doch eine 30er Habe ich die jetzt weggebracht? Achso, die habe ich ja eingesammelt Achso, okay, ne, dann nehme ich die Pipe Nee, da liegt sie, da liegt sie, da liegt sie Ja, aber ich habe die Pipe habe ich jetzt Ich finde sie auch gut Kann sie ruhig nehmen Ich dachte, die dick da rum Hättest du nur noch durchs Krankenhaus, gell? Ja, ja nur Also, finde ich eigentlich nicht so schwer Der Alarm ist wohl das kritischste Aber da haben wir jetzt auch einen guten Platz Hier geht's terug Hau, ha, ha Oh Böööö Will die Menschen geholfen? Hey komm wir gern wieder ins A-Prom oder? Oh im Moment geht es glaube ich ganz gut Wollen wir uns mal einen Haufen schießen? Oh, Tank, Tank, wir haben nix, ne? Wir haben nix zu werfen Wo ist denn der? Oh, scheiße, euch! Aber wir können vielleicht ja außen rumlaufen, ey, wir können ja außen rumlaufen Jetzt kommt er zu mir Der muss irgendwo noch ein Molli sein Ne, scheiß bitte Ohne Molli, hier sind aber ne Falle Wir können ja eigentlich ganz gechillt außen rumlaufen Ich laufe jetzt mal da hoch Ja, da steppt halt nicht Na doch, irgendwann schon Dann springe ich wieder da runter Die Gaben auch noch irgendeine Pumaka, da haben wir auch noch nicht gehabt Da ist n Hunter hier Da ist n Hunter, da ist n Hunter Ja, ich hab ihn schon Ich hab ihn schon paar mal getroffen Ah, sehr gut Ja, jetzt ist er weg Ok, Dominic Ok, Dominic Ja, danke für die Einladung und alles, ne? Ja Danke, bis dann Äh, kacke, jetzt ist es vorbei Wie, vorbei? Ja, ich bin der Sack, als er an der Tank kommt Das haut er mich um, ja Wo denn? Wo ist denn der Tank? Unten, ne? Am Zeitraum unten Ach, ganz unten Ja, ja Dann Komme ich mal runter Ne, da, der kommt hoch Geh, geh, geh Ah, der Molly ist unten Ja, der Molly Der kommt, der kommt, der kommt Achtung Ah, scheiße Weg, 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 weg Ich bin nicht so schnell Ah Nein Was ist da? Nein Wow Scheiße Sehr gut, sehr gut, sehr gut Alter, was kommt die denn jetzt alle her? Okay, Tank ist tot Wow Da war noch so ein Scheiß Uiuiui Nein Wo ist denn? Dummer Wichser Wie schlimm ist es? Wow Fuck, das war knapp Äh, ja Wir können uns alle noch heim Äh, warte mal, ich hole mir jetzt noch mal kurz Muni Ich, äh Ja, ich heb meine Bill auf Du hast da noch bissl was Lennox an Den Energy War nicht nötig, aber Danke Gern geschehen Äh, mit Gas Mit Gas Mit Gas Mit Gas Was ist der jetzt? Ist der wieder in der Rochen oder was unangemeldet? Hm Kein Ding Ich befürchte Hat er auch noch einen Midi-Pack, ja Ja, ja Ja, aber Hoffen mal da Der Der wird gleich auf Bot umschalten Ah, der steht aber, oder? Ja Ja, jetzt Jetzt regelt der Bot Oh, da ist ein Jockey Da, kommt er Hinten kommt er auch, aber das macht der Bill Ja, das Das sind die Ah, scheiße Zu angegöbelt Ja Lebt der noch, der Boomer? Ne Ok Was kommt da? Ich hätte ja ganz gerne was zum Werfen Aber wo? Und was? Am besten eine Boomergalle für später Oder am besten drei Boomergallen für später Hast du einen Muni irgendwo gesehen, ne? Nee, aber Ja gut, wirst du jetzt? Oh, hier ist eine Witch irgendwo Äh, wir waren doch immer hier in dem Raum, oder? Sind wir nicht immer hier rein? Ja, 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 genau Aber da ist eine Witch Oh, nein! Ah, der Witch-Gaspot Ah, nein! Die hat mich umgebracht Die dumme F*** Hast du dich fertig gemacht? Ja Oh, Mann, ey Vielleicht tauche ich nochmal irgendwo auf Wart mal kurz, ich bin gleich wieder da So, bin wieder da Aber ich bin, ich bin immer noch tot Scheiße, ich guck grad nach dem D4, aber Ja Ach du, da ist ein Char... Da ist er! Äh, da ist er! Ja gut, du hast die Wurst dabei Ja, da hinten bist du Äh, ne, irgendjemand ist da Ja, das bin ich Geil Jetzt wär's halt noch schön mit der Lennox Äh, der, der, der Bitgas noch käme Und dann können wir eigentlich Können wir dir eigentlich dann den Alarm betätigen Äh, mach mal, ich brauche erstmal gescheite Waffe Ja, hier liegt noch dein Medipack und so Ähm, ach so, das stimmt, da war ich ja Nämlich einfach meine Sachen wieder Äh, hat das... Hast du... Hat jemand das Messer aufgehoben? Ne Hä? Also ich nicht Ja, wahrscheinlich ein Bot Ähm... Okay, ich hab eigentlich alles gecleared soweit Also hier wär sonst alles sauber Ah, geil Wo geh... Ja, dann lass doch in den Raum gehen Das war eigentlich ganz gut da hinten Guck mal, jetzt ein Laser-Visier Ja, hab ich Ah, okay Dann hier... Ja, dann lass aktivieren Ja, dann... Komm ich drück drauf Ne, warte mal, guck mal, ob die dir hinterher laufen Die, die Bots Weil da kannst du schon mal in den Raum gehen Und? Ne Ne Die laufen mir hinterher Die laufen hier hinter der Ey, dann, wo ist denn der Raum nochmal? Da runter, links und dann geradeaus Ah, der hier, ne? Ja, genau, ja Okay, dann kannst du betätigen, die Bots sind hier Und dann... Ja Ja, kacke, seitlichen Smoker, ey Ich werfe was, ich werfe was Ne, alles gut Ja Okay, bin da Komm, 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 also Ey, die Bots, wo sind die... Ach so, okay, da wird ganz wieder Good, 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 good Ich werfe auch noch was, dann Ich werfe auch noch was Ach so, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit Ja, ja, das ist dann kurz bevor der... Der Aufzug kommt Geil, ich hab Pumagalle, die hebe ich auch für später Wenn wir oben sind Kann noch Gold wert sein Ich hab noch ein bisschen Ja, du warst auf einmal... Du warst auf einmal nicht mehr da Ja, ja Ich hab doch gesagt, steh' kurz weg Ach so, ja, weil... Ich hab gedacht... Hast du Pause, hast du? Ne, ne, ne Nein, wir haben einen Tank... Ja, ich hab eigentlich noch Pause gemacht, weil ich lag... Ja Ah ja, okay Ja, der Bill steht mitten im Weg, man Bill, verpfeif dich mal da Geh mal zurück, vielleicht liegt's daran Da hängt noch ein Tocke, ja, da ist er Ich glaub' Ich glaub' wir können dann, oder? Ja Gut, aber den Tank haben wir jetzt Oh, hier ist noch ne Pumagalle Geil, ey, die sollte man aufheben dann für später Achtung später Die wird echt wichtig sein Ah, geil, ein Polizeiknüppel Ah, geil, ein Polizeiknüppel Dann können wir uns noch Money holen und dann fahren wir mal hoch Und wenn wir uns jetzt nicht extrem dumm anstellen, dann sollten wir das auch schaffen Glück Glaubst du, irgendwann ist alles wieder normal? Die Welt soll wieder in Frieden leben Und wenn ich jeden dieser Dreckskerle einzeln... Ja, ja, Bill Halt die Gursche Jockey Ist die auf'n Dach hier oben? Oh, Char-Char Wahrscheinlich Wahrscheinlich kommen sie rein Gleich reingestürmt, wenn die Tür aufgeht Wegen der Pumagalle müssen wir uns halt absprechen Und dann... Und die Smoker Hey Good Irgendwo ist ein Smoker da Der Smoker ist tot Oh, Scheiße Ja, jetzt könnt ihr mal langsam an die Pumagalle denken Okay Lennox, willst du oder soll ich? Ja, ich mach Okay Hast du geworfen? Achtung! Oh, nein! Ja doch, alles gut Okay, dann können wir jetzt eigentlich durchrushen Seid ihr da? Ja Ja Oh, shit, man Die sind trotzdem noch ganz schnell Nein Ich werfe Pumagalle nochmal Ja, okay Okay Jetzt gehen sie eh auch mich Achso, du bist angekotzt oder was? Ja Oh, scheiße Ey, äh... Scheiße Der Bill versucht mich zu retten Warte mal Der Bill versucht mich zu retten Warte mal Ja, der sieht gut aus, der sieht gut aus Sehr gut Ja Ja, das sieht sogar sehr gut aus Ja, nach hinten ist der Ringo Wo ist er denn jetzt? Ah, da ist er Sehr gut Ja, das schaffen wir Und schon sind wir im Finale Ajo, alle sogar, guck mal Alle gesund und munter Außer der Gunther Ah Müssen wir nochmal gucken, was wir da jetzt mitnehmen Vielleicht Ja Zwei Mollis Ja, mal gucken Ist halt immer auch so ein bisschen so ein Glücksspiel Weil oben auf dem Dach Da sind manchmal entweder ganz viele Mollis Oder ganz viele Pipes Und dann aber von einem anderen kaum was Wobei da oben finde ich Mollis fast noch besser Ach, ich ne mal Molli bitte Ich hoffe, wir finden den Piloten Ich hoffe, wir finden den Piloten Für nicht, wir werden wenigstens mit Blick über die Stadt Irgendwie so ein Schwert wäre noch Wäre noch schön Achtung, ich schieße da durch den Gang Ja In der Mitte aufpassen Ja, oder Ne, ich glaube da oben ist tatsächlich eine 30er Ist unten noch eine 30er, weißt du das? Ja Ah, okay Weil ich glaube ich einen auf den Tisch gelegt Ja, weil dann Ja, dann nehme ich die 30er, weil die ist aus der Distanz besser Äh, Wittger, du hast nichts zu werfen, ne? Ist unten was? Ja, da ist noch ein Molli und eine Pipe Oh Oh, dann geh ich nochmal nach Das ist schlimm Ganz schlimm Cha-cha Ah 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 Verdammt, ich brauche Hilfe Ah 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 Ja Ja, ne? Das haben wir auch schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt Oh, ich bin runtergefallen Ah, ich bin zu tun Oh, ich bin zu tun Oh, ich bin zu tun Da müssen wir zweimal drücken Ähm, da müssen wir zweimal drücken, genau Ah, egal, Katana Dann drücke ich schon einmal Äh, Hunter Hunter Gut Okay, also hier sind, hier sind Pipes, hier sind Mollis Wir sollten halt nur nicht zu viel auf einmal werfen Weil wir halt noch welche brauchen für den Tank auch später Aber ansonsten haben wir eigentlich alles, was das Herz begehrt Das sind auch noch Also Mollis haben wir echt eine Menge Da drüben sind auch noch welche Joa Ups Dann soll ich mal betätigen? Soll ich? Soll ich? Ja Okay, geht los Bill steht wieder am Weg rum, hier weg Alles klar, der Helikon Ach so Guck mal Ich werf mal einen Und zweit können wir dann noch nachwerfen Oh, da kommt ein Hunter hoch, da ist er Oh, da ist er Ist er, ein zweiter, kann ich da auch unten? Ah ne, da ist er noch da Oh Bill, der schickt das dumm im Weg rum Bill, der schickt das dumm im Weg rum Macht nix Wir sind ja glaub ich ganz gut aufgehoben hier oben Joa Ich denke auch Aber kein Smoker und kein Spinner kommt Oder ein Jockey Ah, da kommt ein Ähm, ja Okay Jockey war auch ein Bill, aber das wäre Ah, da kommt ein Smoker Hammer Jawohl Sehr gut Boomer Boomer, hä, das war noch ein Boomer So So Das müsste auch ein Hunter vorlesen Schau 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 Sehr gut Und noch ein Smoker? Nein Das ist doch eigentlich Smoker noch Und ein Hunter Da unten Bitte vorsicht, dass der nicht hier rein reiert Hunter Hunter Wo ist der? Hunter Hier runter Der ist hier runter Da unten Da unten ist der Hunter immer noch Jetzt müsste gleich der Tank kommen Wenn wir noch Zeit haben, könnten wir gleich noch Money holen Ja, ich seh'n Da hinten ist immer noch der scheiß Hunter, gell? Achtung, Splitter, Splitter, Lennox Ich bin raus, ja Alles gut, also Jetzt müsste der Tank kommen Ich, ich, ich hab'n, ich hab'n Molly Sehr gut Sehr gut Dann werfe ich den mal Wenn ich ihn seh'n, wenn ich ihn seh'n Achtung Okay Ich werfe, ich werfe Ich werfe Ich werfe Ich werfe Ja Ja, der hat mich getroffen Ah, der Jockey ist auf mir Ja Okay weg Jetzt müssen wir langsam Ah Ja, passt lieber auf Könnt ihr noch später aufheben Ja, ja, okay Ja, der Bill hebt mich jetzt halt auf Ja, der Bill hebt jeden halt immer auf Ja, der Bill Klappt sogar Ja Äh, ja Müsst euch halt heilen dann Ja, so war eigentlich noch der Plan, ehrlich gesagt Ja, mal weg von mir Sorry Ja, so war der Plan aber auch Ja, er ist tot So, ganz schnell wieder hoch Ja Oh, da ist ein Charger Fuck Sehr gut Sehr gut Okay, gehen wir wieder da hoch, oder? Ja Ich werfe was Ja, die einzigen Sorgen machen mir eigentlich so die besonderen Ja Ja Erstmal noch einen Molli, da liegst du rein, ja Oh, der ist in Toki, Achtung Wollt grad sagen, wenn ich mir überleg was, wir uns hier früher einen abgebrochen haben Ja Also bisher läuft das echt gut, wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir das gleich im ersten Ich bin, gell, und nicht mein Experte, sondern fortgeschritten haben wir uns hier einen abgebrochen Ja, ja Ja gut, noch haben wir es nicht gepackt Nee, nee, nee Nee, nee, aber ich sag ja, also wir müssen halt so weitermachen Oh, da ist ein Boomer irgendwo Da ist ein Hunter Ich werfe mal noch was da runter Ja, die Die besonderen musst du halt sofort, wenn du sie siehst Sie müssen gleich eliminiert werden Sehr gut Ja, Smoker, perfekt Die muss halt gleich rauf Der Tank kommt gleich Der Tank kommt gleich Und dann können wir rennen Es kommt noch ein Tank und dann, äh, dann kommt da schon der Helikopter Ja Ja Haben wir noch was zu werfen? Nee, gell Ähm, da vorne sind noch Mollys Aber, das können wir, ich denk mal, bis der Tank kommt Da hinten ist ein Charger Und da ist noch ein Hunter Ja, sehr gut Jetzt kommt er Ich hol mir noch einen Molli da hinten Er denkt an die Munition vielleicht, wenn da noch Ja, okay Unten ist noch ein Boomer, den hab ich Charger ist auch noch da Charger ist auch weg Okay Sehr gut Beziehungsweise Er hat dürfen halt er zu nahe kommen lassen Und da oben kommt dann noch der Helikopter Ich werfe da dann nochmal, ach, ich heb meine Bill auf Warte, aber der Tank kommt jetzt, gell Ja, aber ich guck, dass er mich nicht erwischt Wo sind der Tank? Hier, jetzt ist er ob bei der Helikopter-Plattform Du musst schnell wieder auf die Beine kommen Ja, da müssen wir dann halt sofort hin, wenn der tot ist Ist hier ein Hunter irgendwo? Achtung Na, der ist down Ja, jetzt können wir hoch Ab die Post, Bill auf Und zum Jockey noch irgendwo Ich werfen Molli dann in den Auf den Weg Da ist Jockey ein Hunter Nein Ja, den haben wir Jockey 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 auf mir, okay Der ist auch tot Achtung Zombies Jetzt komm er Jetzt komm er, jetzt komm er, jetzt komm er, jetzt komm er Komm rein, komm rein Der Bill Ja, so souverän Der Bill wurde da noch vom Smoker weggeschossen Ich weiß nicht, dass der Helikopter losfliegt Der hat mir zu lang gebraucht Ah cool, das war doch dann relativ souverän am Ende Ja, ja Also ganz am Ende da Gut, da hätt's vielleicht durch den Bill noch mal eng werden können Aber ich weiß nicht, was ich überlebt hab Und ich glaub der, 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 der Der Tank hat mich noch mal geschlagen eben Es kann sein, dass ich Warst du down oder was? Ich weiß es nicht Aber der hat nochmal geschlagen und dann Also der Smoker hat auf jeden Fall ein Bill noch mal aus dem Heli rausgezogen Oh ne, okay, guck mal die konnten alle fliehen Krass Ja, ja Ja Cool Eine Stunde 36 Ja die fünf Neustartser haben wir fast alle am ersten, zweiten, ne So glaub ich, genau Ja Die fies Ist ja gut Also guck mal, kumme, boomergalle Da hat er Lennox eins gebraucht Ich hab eins verbraucht Ansonsten haben wir kaum boomergalle gehabt Nur im, im Level davor Da am Krankenhaus ganz am Ende Da haben wir zwei boomergallen gehabt Ja Ansonsten war das echt bissl Bissl eng Mit dem, mit dem Wurf geschossen Ja, dann haben wir zumindest ein, ein, ein schönes Video noch für den Olpes Können wir dann hochladen Und dann kann er sich das dann die Tage angucken So sieht's aus Sehr gut Cool Ja 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 Jetzt warst du Lohnaufxpate Jetzt warst du Lohnaufxpate, genau Wie gehabt Ja 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 Ja